ich hoffe dieses mal ist es einfacher aber ich glaube ich glaube wirklich dass es jetzt einfacher ist weil erstens wir kommen von der anderen seite das heißt wir sind gleich bei dem bei dem anführer und wir haben ja diese option nur wenn wir den verschont haben deswegen denke ich dass das sehr viel geiler wird ok heute lächelt der Fortuna auf euch herab halb abgeschlossenes lager als ihr auf einer staubigen straße entlang reitet entdeckt ihr ein farbenfrohes zelt ihr beschließt euch vorsichtig zu nähern ihr findet ein kleines lager das offenbar in eile verlassen worden ist vieles ist zurück gelassen worden sammelt alles von wert ein weitergehen und die besitzer wiederkommen also da die besitzer wiederkommen könnten aber das wurde doch in eile verlassen also es ist krieg gierige pretorianer stimmen einigermaßen zu ehrliche pretorianer lehnen das ab ok looten alles alles herrscht krieg ganz genau und wenn diese leute ihr lager so überstürzt oder verlassen haben ist es wahrscheinlich dass sie je es ist unwahrscheinlich dass sie zurückkommen werden ihr befehlt eure leuten alles von wert einzusammeln dann zieht ihr weiter so sind alle dabei sehr schön das ist euer ende archelaus er gebt euch wenn ihr wisst was gut für euch ist große und schreckenerregende römer tausend dank für eure gnade und nachsichtigkeit ich habe in erwartung eurer ankunft vor angst gezittert soll ich auf die knie fallen und um mein leben betteln ja wäre ganz gut legt eure waffen nieder und ihr werdet gericht behandelt das haben wir letztes mal schon gesagt das wird an euren schicksal nichts ändern es ist zu spät für euch ja er gibt sowieso nicht auf also liegt mein schicksal jetzt in eurer hand und wer sagte euch dass ihr euch einfach so in ein gespräch zwischen männern einmischen dürft passt auf was ihr sagt ihr sprecht mit dem kommandanten der legio viktrix dieses kleine mädchen ist kaum fähig eine gruppe reisender schausteller zu kommandieren glaubt ihr wirklich dass ihr mich ausgerechnet hier würdet herausfordern können dies ist jetzt meine insel ihr seid nichts als eine störung es gab schon viele die ebenso dachten sie sind alle tot ja plan nee das mache ich nicht ihr seid nichts weiter als ein gemeiner anführer einer diebesbande seht euch auch mal eure insel geheult bereits uns ich bin anders als alle denen ihr bislang gegenüber standet in eurer maßlosen arroganz dreht der bieber die acker ein zweites mal durch die tora mytylenes marschieren und den kopf ihres kommandanten einfordern vorhersehbar und erbärmlich ihr seid nun meiner gnade ausgeliefert genau wie ich es geplant habe nachdem ich euch getötet habe erledige ich euren konsul sooo ich hoffe dass dass man wirklich so so einen angriff wie ihr in die eier treten hat irgendwann ok gut letztes mal sind wir hier gestartet ist natürlich sehr viel weiter weg das ist jetzt sehr viel geiler dass wir hier sind ok also bogenschützen kommen hier hin und ich würde fast sagen wobei hier sind ja auch drei warte mal nee du kommst hier hin und die beiden kümmern sich um den rücken so aber ohne beißen und haare ziehen deal spucken ok was hat es noch mal jeder streifen rüstung senkt den erlittenen schaden um eins ok rüstung zerfetzen genau das weiß ich noch ok also so äh ja hier die sind da ähm hier erstmal nee kann ich ja nicht ist zu weit weg hatte ich nicht nee hatte ich nicht ok und immer an die taktik denken tobi links drauf rechts polieren links auftragen rechts polieren ok oh man ihr seid so dumm also ich feier jetzt gerade ok ähm schnell schuss ist außer reichweite natürlich äh schaden mache ich nicht wirklich äh ich könnte den verbrennen ist schon mal was komm ich jetzt an den mach hier unterbrechen hier drauf du brauchst die mal du brauchst die mal so so wobei den musste ich eigentlich der hat rüstungs so oh was ist los mit euch riechreieb pf 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 lasst sie zu uns kommen okay der passt ganz gut wir werden alle sterben okay die die ist relativ low jens komischer name im alten griechenland wir spielen der rom also das passt dann wieder so ok pila du sehr gut dann kommst du auch weg ernst das lag aus auch wenn ich 1 bis 2 der mensch nur also was so weit weg ist dann gehe ich ein bisschen näher dann gehe ich ein bisschen näher ran ok auch näher da siehste ok ja let's go alter bestia ah schade aber das war schon ein guter angriff so ah den habe ich noch ich habe es versaut richtig versaut oh nein die ist tot claudia ist jetzt blutung die die claudia ist die blutung okay die blutet so stark dass sie jetzt die blutung ist was rückzug wir werden wir sollten ja auf der selben seite stehen naja ok es ist wahrscheinlich besser als hat also das könnte man dann auch falsch verstehen aber gut also die ist tot ähm kann ich die heilen ne kann ich nicht ok wow ich dachte gerade von wo ist der denn her gekommen aber beziehungsweise ich habe überlegt wo jetzt der Anführer ist ja dann ähm ähm der stand genau vor deiner nase wie kannst du ihn verfehlen äh aber das heißt die wird jetzt auch tut das weh gut dann seid ihr gesund die wird jetzt auch sterben die wird jetzt auch sterben die sterben alle hier ja die dann betäubt er auch weiter alter der tüttelt mich doch wieder Alter, wieso schaffe ich diese blöde Quest nicht? Das läuft. Nicht optimal. Nein! Jetzt läuft der gerade weg, der ist betäubt, die ist tot, die ist auch tot. Warte mal. Äh, gut, ich glaube ich kann aufgeben. Komm, wir, wir, wir verlieren mit Ehre. Vielleicht sollten wir abhauen. Äh, 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 äh. Oh, hier sind wir gut geschützt. Seid bereit. Kommiert euch. Wir grafen sie gemeinsam an. Ich sehe sie. Schnappt uns diese Dreckskerle. Minerva, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Jemand sollte diese Blutung stoppen. Ich kann euch sagen, wie. Ja, du bist unser Heiler. Oh, mein Gott. Ja, die stirbt jetzt. Äh, die stirbt dann. Ja, okay. Äh. Gut. Neuer Start. Seid ruhig, ich bin ja jetzt hier. Der hat den geköpft. Huah. Wir bleiben hier. Sie müssen zu unseren... Alter, der hat den einfach geköpft. Folgt mir. Okay, ich muss das umdrehen. Also ich muss... Unser... Unser Servus. Ja, gut. Yunus. So. Spiel. Aus, als bräuchten die Römer eine Lektion. Lektion. Ja, fast. Fast, Phil. So, okay. Der da kommt jetzt nach links, weil der hat... Rüstung ist durchfetzen und das brauchen wir. So. Dich brauchen wir auch, weil du hast Rüstung. Ähm, dich brauchen wir... Brauchen wir dich da? Ihr beide kümmert euch mal um die... Und du kommst ja sehr gut mit der alleine, klar. Okay, ja. So. Dann, du. Machst den da? Komm schon. Ja. So muss das. Okay. Und dann ferner Schuss. Und da, da, da. Ja. Dann trifft sie hundertprozentig. Das ist gut. Du kommst hier hin. Du kommst da hin. Ich kann nicht gleich den Kopf verlieren. Okay, let's go. Ich will immer meinen scheiß Heiler fokussieren. Das nervt. Lass den Heiler in Ruhe. Nein. Fokussier doch nicht da. Sie sind da drüben. Vorrücken. Defensive Formation. Langsam und gleichmäßig. Hilft mir. Verflucht sollte sein. Der Schall in der wäre wahrscheinlich auch tot, wenn die nicht nach da drüben geschossen hätte. Voll dumm. Ah, nicht gut. Nicht gut. Sehr schön. Ja, haut das Holz. Okay, gut. Also, du bist auch gleich weg. Du kommst hier hin. Du kommst da hin. Du wirst sein Pila. Pilum? Entschuldigung. Ähm. Lust ums. Hat das was gemacht? Ich glaube nicht. Das geschieht euch recht. Oh, der hat's getroffen. Okay. Der hat aber trotzdem immer noch. Ähm. Der hat immer noch. Rüstung. Gut. Dann machst du mal doppelt den Schaden auf ihn. Ah, schön. Und gehst in Deckung. Du gehst. Warte mal. Bist eigentlich schon in Deckung. Okay. Ah, noch. Oh, komm. Ein Damage. Schade. Aber dieses Mal ist es deutlich besser. Also ja, kann, kann. Schon in Ordnung. Wie war das? Läuft besser. Ah. Wieso kann der so weit gehen? Mein armer Heiler. Hm. Ich erstaunt auf mich die ganze Zeit. Okay, mach mal den platt. Dann kommst du mal auch rüber. So. Einmal Pilar. Ich erstaunt. Ich erstaunt. Hm. Außerhalb der Reichweite. Äh. Dö, 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 dö. Ungünstig. Okay. Erstmal den töten. Dann kann der woanders hin. Dann die da. Und du brennst den mal. Hoffentlich triffst du. Okay, er brennt schon mal. Das ist gut. Okay. Die da muss irgendwann hier hin und den verbinden. Sonst verblutet er. Wir greifen sie gemeinsam an. Jetzt kommen immer mehr. Wieso ist der so krank? Der ist ja übelst. Der hat jetzt... Alter. Man sollte diese Blutung stoppen. Ich kann euch sagen wie... Ich werde euch Schwesterschänder alle umbringen. Ich bin mir sicher, irgendwie kann es noch schlimmer kommen. Okay. Erstmal dich. Dann gehst du hier hin. Du gehst da hin. Du verbindest. Darf ich um etwas Hilfe bitten? Ja. Nächste Runde wird er hier hin gehen und dann... Okay. Aber das mit dem Feuer ist gut. Ich muss den... So... Ja, jetzt... Ja. Dieser Arsch. Ich muss den ganz am Anfang abfackeln. Und der Bestia, der kommt jetzt auch rüber. Der Bestia, der wird jetzt auch rüberkommen. Oh. Bleibt standhaft. Lasst sie zu uns kommen. Ah. Ach jetzt... Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Oder vielleicht auch nicht. Minerva? Jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Null Schaden. Du hättest nur zwei Schaden machen müssen. Dann wäre er jetzt gestorben. Du hättest nur einen Schaden machen müssen. Äh. Alter, macht so viel Schaden. Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit. Schnauzel. Du machst gar nichts. Du machst gar nichts. Ich sehe die. Gehen wir. Schockig. Kommt. Hier lang. Formiert euch. Wir greifen sie gemeinsam an. Äh. Das war's? Wenn soll's fürchten die Römer eine Lektion. Das ist die Kerle, die wir verprügeln sollen? Das ist schlimmer als die Sache mit dem Leoparden damals. Jetzt ist er tot. Ja, ich, ich, ähm. Ja, Phil, du und der Automod, ne? Ach komm. D. 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 4. D. 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 Better prepare for the thunder. You